Sicher einmal, irgendwann, wirklich kommt ein neuer Mann, kommt ein wirklich neuer Mann an das große Ruder ran, und dann fängt es an, an, an. Was er also Egon und nicht Hans, Eckart oder Steffen oder Franz, Erich, Bünder, Hartmut oder Klaus, sondern völlig anders heißt, geh ist nun heraus. Was er will, weiß man noch nicht genau, leider ist er wieder keine Frau. Aber er studierte in Moskau, lange war er und sein Hemd sehr blau, aber seine Haare sind schon grau. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ob er frei zu reden fähig wird, hat er früher sich zu viel geirrt. Ob er mit viel Herz und viel Verstand, mit der linken oder rechten Hand, seine schwarze Staatskarosse lenkt. Ob er anders oder anders anders denkt, oder nur ein anderes Fähnchen schwenkt. Ob er kränkelt oder kränkt, ob er sich den Hals verrenkt. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß, ob er lieber gern Chinesisch speist. Ob er auch in seinem Amt vergreist. Ob er schließlich nichts mehr weiter weiß, als die Losung ohne Fleiß kein Preis. Träumt er von der zweiten Pubertät oder von Ardennes Sauerstoff gerät. Tanzt er diplomatisch auf Parkett, wird er dabei hager oder fett. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß.